Geh rein. Kein Shit jetzt. Ich komm da nicht hoch. Ich muss halt drum rumlaufen, vielleicht. Vielleicht komm ich dann da hoch. Irgendwo muss es ja hochgehen. Geh rein, mach kein Shit. Kein Shit machen, Geh rein. Oh, mein Gott. Ist alles nicht so einfach hier. Hier ist echt irgendwie alles zusammengestürzt, kann das sein? Wie wollen sie alle? Ah, guten Tag. Achso, warte. Nein, ach, Quatsch, Aua. Alles gut, alles gut. Siehste, geht doch alles. Ich muss nur mal irgendwie was essen. Dann geht alles gut. Okay. Oh, was ist denn noch welche? Uh. Oh Gott, warte. Ich muss mal hier irgendwas... Ja, bitte. Aua. Oh Gott. Nein, Carol. Nein, oh, ab dich. Ab dich. Wieso bist du hier so dauer? Nein. Oh Gott, ab dich. Das ist so schön, das war so wunderschön. Oh Gott, nein. Ich kann einfach getötet. Okay, ich lebe. Ah, nein, ab dich. Nein, oh Gott, oh Gott. Aber auch schon knäckig. Hier sind wieder irgendwelche toten Leute. Ist ja nichts Neues. Nicht Neues. Oh, hier sind Kissen. Ja. Alles cool. Alles meins. Alles meins. Alles Kitties. Alles Moor. Und so. Aber vielleicht habe ich ja jetzt mal irgendwas gekriegt, was ich vielleicht mal anziehen kann. Was vielleicht ein bisschen besser ist als das, was ich bisher hatte. Plus vier. So. Dann habe ich noch besser, kriege ich noch besseres Schwert. So soll es sein. Wunderschön. Ne? So darf das gerne sein. Okay. Okay. So, jetzt. Gerhard Mampf nochmal was. Damit du nicht von Fleisch fährst. Du musst wieder auf den Strand hochkommen. Ah. Ich finde das echt unsympathisch, dass hier irgendwelche toten Leute rumhängen. Was steht denn da? Anordnung. Das Begraben der Leichname, erhängte Deserteure und Aufständische ist hiermit strengstens verboten. Das Losschneiden von Erhängten wird mit umgehender Hinrichtung bestraft. What the fuck? Ihr seid ja truff, ey. Oder? Das ist doch ein bisschen streng, finde ich jetzt. Hör mal so eine Felsche, wenn ich mein Hallo. Da. Komm. Ich komm da immer noch nicht hoch. Ob ich dort jemals hochkommen werde? Wer weiß. Wer weiß. Obwohl, ich war ja auf dem richtigen Weg. Irgendwo muss ich hier über so eine Brücke rüber. Ja, dann haben mich diese lustigen Ertrunkenen irgendwie abgelenkt. Und dann. Dann war ich halt echt abgelenkt. Ich merke es nicht, wenn eine, eine, naja, Brücke knirscht, wenn ich hinübergehe. Ich bin doch ein bisschen unsympathisch. Ich sollte auch vielleicht noch was essen, bevor ich hier irgendwas mache, oder? Oder ist das ein bisschen zumindest? Oh, Entschuldigung. Was wollte ich nicht? Ich sollte noch was essen. Ich sollte noch was essen. Ist noch was. Gerald, du musst zu Kräften kommst. Immerhin ein großer, starker Mann. Ein bisschen was essen sollst du da schon. Damit wir hier gleich die Leute... Oh Gott, das habe ich falsch raus. Damit wir das hier irgendwie schaffen. Oh Gott. Oh ja, ich werde raus. Ah. Ah. Au. Gostig, der Kacktyp. Au. Nein, nicht das Feuer. Nicht das Feuer. Komm doch her, die Mumu. Aha. Gitsch. So, hopp. Hopp aber herzlich. Okay. Gibt es hier noch was, was ich vielleicht... Ah, hier ist was. Aha, hier ist Zeug. Immer her damit. Immer her mit dem Schild. Hat der mir geschlummert oder was? So eine Truhe. Schema. Ist das gut? Schema ist gut. Hoppa. Was? Was ist das? Ich habe eine neue Quest ergenauert. Das ist gar nicht so kacke. Das ist gar nicht so super kacke. So, ähm. Oh, Gerald. Kein Shit jetzt. Kein Shit. Oh. Oh Gott. kopf. Eiss was, sonst fährst du mir vom Fleisch. Hattehü. Wo ist es denn mein kleines. Hattehöhö. Haattehöhö. Haattehöhö. Ahattehöhö hattehö. So. Und dann. Auf, auf. Ich hab noch zwei Bratäpfel. Ich muss bald mal was zu essen. Wie mir scheint. Zumindest. Ach, hier gibt's Bienen. Oh, schnell weg. Oh, es ist wunderschön. Oh, der ist in die Sonne untergegangen. Oder? Alter, ist das schön. Einfach wunderhübsch. Kann mir sein, fährt nur plötzlich. Ich verstehe es nicht. Das ist mir zu hoch. Das ist mir echt zu hoch. Ich weiß nicht mal, wo wir sind, aber es wird schon alles in den Zweck haben. Ich hoffe, das nehme ich gerade dahin, wo das gelbe Ding ist. Ich hoffe, das ist das Richtige. Ach, und die Zahl links vom Gesundheitsbank 1G steht für dessen Stufe, wenn die Zahl rot ist und ein Totkopf angezeigt wird. Das ist nicht so schnell, du darfst dich nicht überanstrengen. Denk in deinen schwachen Magen. Okay, also hier ist halt irgendwie, ne? Ja, dort muss ich hin. Ja, dort ist er gibt's hin. Ich muss hier lang. Das ist doch sehr sympathisch. Ah. Die Magen, oh. Guck hier, ihr Wölfe. Fuck you. Fuck you. Auch immer diese Gaule. Ich kann nicht. Aua. Ah. Gerhard, lauf. Ich weiß schon, oh oh. Rot heißt nicht, gut ist. So. Einen hat die Branche. So, schön. Hier vorne ist was. Guck an. Gereih, bleib anständig. Okay, irgendwas ist hier noch. Hier ist voll viel Zeug. Hattie, Achtung und Hubs. Habe es schön gemacht, oder? So schön. Zimmer. Oh. Ihr macht das schon, Freunde. Ihr macht das schon. Ich komme ja auch mit dem Feldhof. Warte mal ab. Warte ab, warte. Nein, okay, komme ich wahrscheinlich nicht. Dann mache ich es halt unkompliziert und lauf einfach so hier hoch. Ja, so ziehe gut aus. Ja, so ziehe gut aus. Ja, so ziehe gut aus. No, locals allowed without the express consent of the garrison commander. I look like a local to you. You look like trouble. Dead wrong. I make trouble go away. I'm a witcher. A witcher. Na ja, immerhin sind sie heftig Freunde. Schönen guten Tag! Kannst du mit euch reden? Ne, doch. Ihr habt aber auch echt kein Dialekt, oder? Handwerker können die verschiedenen Anfänge gegen einen Obelus, versteht sich? Versteht sich? Natürlich versteht sich das! Sie haben ein... Ich sage etwas ganz... Äh, kannst du etwas für mich anfertigen? Wie ist die Moral im Lager? Ja, äh, kannst du mir etwas anfertigen? Kannst du mir, äh, pfff, was? Links auf dem Bildschirm siehst du eine Lüste Schema aus dem Teil Besitz? Klingst du mal aus der Kategorie oder ein Schema? Okay, ja, danke. Wunderschön, klasse. So, was gibt es denn hier so? Ich kann einfach mal gar nicht, gar nicht herstellen, meine Stufe ist zu gering oder mir fehlen die Zutaten oder alles zusammen oder beides. Was ist das? Das kann ich herstellen, das ist ja klasse. Mensch, hallöje. Danke dafür. Das heißt nicht so. Show me what you're battling. Das heißt nicht so. Aber dann kann ich die ganze Schnulli hier verkaufen. Darfst du alles haben hier? Brauche ich alles nicht, weiß ich nur die. Brauche keine Puppe. Das bleibt bei mir. Das darf ich alles nicht verkaufen. Darf ich nicht auch. Ich kann nicht, ob ich das alles brauche hier. Äh, pfff, ja, was ist das? Freilüssel. Nein, das verkauf ich nicht, vergiss es. Plus sieben. So, kannst du da bestimmt, ne? Sechs ist echt. Hm. Ich brauche Stufe 3. Ich bin immer noch Stufe 1. Was geht nicht? Danke. Verstehe ich nicht ganz. Warum bist du immer noch Stufe 1? Äh. Ja, das wird schon, wird schon hin und ich gehe mal hier hoch. Was ist das schön? Was ist das schön? Äh. Das ist das für eine Frau, aber auch für eine Pfarrer. So, wir reden. Von Schrofen zu Schrofen. Wie viel kannst du dir? Ich kann es nicht leugnen. Willst du von ihm auch etwas beschlagnahmen? Nein. Ich bin sehr beeinflusst von Ihnen. Geralt von Rivia. Witcher. Vatgern. Das erklärtete, warum ich nicht in deine Füße gehört habe. Was hast du hier? Yennefer von Wengerberg. Wo ist sie? Das ist ein Militärer secret. Ich habe noch nicht geholfen. Ich habe noch nicht geholfen. Ich habe noch nicht geholfen. Also, bitte. Was ist dein Preis? Was hätte ich eigentlich abgemacht? Was hätte ich eigentlich abgemacht? Ich habe noch nicht geholfen. Ich habe noch nicht geholfen. Ich habe noch ein paar Fragen. Ich habe noch nicht geholfen. Ich habe noch nicht geholfen. Ich habe noch nicht geholfen. Und ich nehme nach Holz an. Ich nehme an. Ich brauche ein bestimmtes Kraut, ich brauche mehr Informationen über ein bestimmtes Kraut. Okay. Okay, dann bis dann, Hausdrehen. Es ist schon die Akten. Es ist schon die Akten. Aktuell ist die Wende, deine aktuelle Quest aus dem Meer, seit ich mich ganze mit V-Drücken um ein anderes Tierhaus zu verwalten. Du wärst wie die Kräuterfrau, denk ich, oder? Ich bin doch unsicher. Wo ist meine Heutehue? Ah, Krieg! Habt ihr aber auch ganz schön viele Kräuters, Freunde. Oh, 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 nicht so flott, Geralt, nicht so flott. Lass mich raus, Freunde! Oh Gott, ich laufe schon ein bisschen. Oh Gott, ich laufe in die Beine richtig! Oh Gott, so viel Stress. Mein Heutehue muss ja irgendwo rumgucken. Mein Heutehue muss ja hier irgendwo rumgucken. Oder auch nicht. Schnellreise, Wegweiß, dann möge ich dir direkt von einem Uhr zu nähen und anderen zu reißen. Er hat sich einen Wegwasser drückt. Und dann sehe ich nicht mehr, was raussteht. Okay. Okay. Kann ich schnell reise dein. Entschein. Alright, fine. Vielen Dank.